Happy Birthday Sukamoto Kamto. Happy Birthday Atul Shukla. Happy Birthday Sumit Kuma. Happy Birthday Jonathan Gabriel. Happy Birthday Festi Rai. Happy Birthday Daniel Chimbango. Heute habe ich das Spiel Ort of Empire. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon und müssen mal wieder mit einer Stadt anfangen. Warum speichert er das nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt müssen wir wieder an der Straße reinziehen. Ist eigentlich ein schönes Spiel. Aber ich mag das nicht, dass da irgendwie meine Stadt nicht speichert. Ist das nur bei mir so oder ist das bei jedem so? Na ja, dann bauen wir erst mal. Ich kann nichts anderes machen als das, was mir vorgegeben wird. Erst noch ist das Tutorial. Das soll man ja auch klären. Ist ja auch richtig so. Na ja. Jetzt, äh, jetzt geht's los. Forschen. Beide ich, ich weiß nicht. Bist du dich nicht. Ja, dann geht's das Handy. Beide ich, dass du dich nicht mehr so oder so bist. Ich denke, dass du dich nicht mehr so bist. Aber ich habe das Handy gemacht. Ich weiß nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr so. Du bist gut. Ich weiß nicht mehr so. Immer wieder. Du bist du dich zu spät. Du bist du dich nicht mehr so. Ging doch Auto irgendwo, da ist der. Ach geh noch nicht. Seek. Oh. Eine Sperrkaserne erricht. Errichtet. Sperrkämpfer rekrutieren. Machen wir erstmal das so wie der hier sagt, als wir rekrutieren jetzt erstmal Sperrkämpfer. Sperrkämpfer. Zwei Denkmäler. Dann bauen wir mal noch ein Denkmal. Das ist das eine, dann würde ich mal sagen, hinten in der Ecke noch eins hinpflanzen. Soll ich jeder was davon haben? Zwei Pfahlbauki. Pfahlbauki. Eins. Zwei. Drei. Gut, oder? Finde ich. Okay. Tüpferei. Da haben wir doch gerade schon mal Forschung. Tüpferei. Tüpferei. So, jetzt eine Tüpferei haben. Tüpferei. Ach, das kann man auch so machen. Tüpferei. Oder wir machen den direkt hier rein. Oder wir machen den direkt hier rein. Bauen wir mal ein bisschen anders auf, ne? Tüpferei. Tüpferei. Vergangen wir mal vor allem an diesen tag Ly进um Honestly. Einen Forschungspunkt kaufen. Tüpferei. Tüpferei. F来返找re. Tüpferei. Tüpferei. Tüpfee. das rad erforschen alle punkte weg sprich bei nächsten forschungen kann ich nichts mehr machen jetzt soll ich den erforschen es geht leider nicht mehr weil ich keine forschungspunkte muss jetzt fünf stunden wartet dann will ich hier noch mal alles abholen ja meine armee das heißt ich dachte ich könnte jetzt hier welche bauen aber es war nicht so mein ticket ist jetzt auch fällig dann würde ich nur sagen ich beende es hier weil ich komme hier mit meiner kampagne nicht mehr weiter muss jetzt fünf stunden warten fünf stunden warten für die forschungspunkte oder ich kaufe mir welche für 1700 dafür 500 gold oder für 250 diamanten dafür mir 229 also ich komme mit der kampagne nicht weiter gut dann beenden war das spiel lockout spiel beenden und ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid bis zum tschüss viel spaß und auf wiedersehen ciao